6! Ey, bei mir könntest du aber auch theoretisch. Ja, komm, wir gehen beide bis zum Ende. Der hat gerade berechnet, dass du jetzt einen krassen Brawler ziehst. Oha, okay, wenn das wirklich so ist, Leute, das wäre krass. Und? Oh! Ah, ne. Doch, vielleicht. Ja, ich sag's doch! Ich sag's doch! Oh, ich hab was Neues. Was? Schon wieder was Neues bei dir? Ja, man, let's go! Alter. Schon wieder 6, das vierte Mal jetzt. Ja, Alter, schon wieder. Ja, wieder. Ey. Digga, ich will jetzt hier nochmal so einen krassen haben. Das wäre krass. Alter, wenn... Bro, dann ist nicht vorbei. Leute, wünsch mir Glück. Und 3, 2, 1 und... Oh! 1-Up! Trage jetzt Kredco Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du meinen Namen neu bei dir im Shop eintragen. Danke für dein Support. Beste Grüße gehen raus. Jo, Leute. Was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wie ihr es gerade, ich glaube, hier seht, da ist Lukas. Was geht, Lukas? Servus, Freunde. Was geht ab? Auf jeden Fall bin ich heute auch mal wieder am Start. Ich habe eben schon im Trophäenpfad betrauert, dass ich noch nicht der Lieser auf diesem Account habe. Aber ansonsten... Warte, ich muss auch mal kurz betrauern. Ja, Mann. Let's go. Freunde. Lukas, heute gibt es mal wieder etwas richtig, richtig Krasses. Und zwar werden wir jetzt ein Battle machen. Das haben wir schon mal gemacht, aber das ist auch schon wieder so knapp ein, zwei Monate her. Und zwar ein Battle. Megabox versus Bigbox. Und wir werden heute herausfinden, wo man mehr, beziehungsweise wo man mehr Punkte sammeln kann, wenn man 2000 Gems auf einem Account in Boxen investiert. Ich werde das Ganze heute auch nochmal austesten. Ich werde diesmal die Megaboxen übernehmen und Lukas die großen Boxen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Geh mal einen Tipp ab. Was glaubst du? Es ist halt echt sehr, äh, lackabhängig auch. Aber ich glaube persönlich, äh, also, ja, es ist sau schwer zu sagen. Man denkt, dass die Megaboxen krasser sind. Aber, Freunde... Ja, also, muss ich auch sagen, muss ich auch sagen. Ich halte zu meinen Bigboxen, ja. Ich, äh, wir gewinnen das, Freunde. Ich sag's euch. Okay. Ja, Leute. Schreibt auf jeden Fall jetzt schon mal gerne in die Kommentare, bevor ihr das Video schaut, welche Box wird gewinnen? Die Megabox oder die große Box? Und lass doch auf jeden Fall mal wieder einen fetten Daumen nach oben da. Lass uns mal probieren, hier auf diesem Video die 5000 Daumen nach oben zu erreichen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Du hast natürlich, denke ich, schon mal den Vorteil mit einer kostenlosen großen Box. Und ich würde sagen, ich gehe auch hier mal in die Bigbox, äh, in die große Box rein. Lukas... In die Megabox, meinst du? Ja, ich bin schon wieder lost. Komm, vergiss, vergiss, was ich gesagt habe, Leute. Ich würde sagen, das Duell Megabox vs. Bigbox beginnt in 3, 2, 1. Let's go! Okay. Ein verbleibender Gegenstand. So, und ich ziehe die Box da drin. Oh, okay. Du ziehst dann schon mal direkt nichts. Und ich würde sagen, die nächste kommen wir auch nochmal gleichzeitig aufmachen. Und dann musst du ja wieder ein bisschen vorlegen. Genau. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal was Reus drin. Okay, ja, bei mir ist ja klar, dass ich hier nichts drin habe. Das heißt, schau mal, was du bekommst. Oh, Barley, der gute alte Mr. Supercell ID. Den habe ich... Ja, Mann, der Supercell ID, Barley. So sieht es aus. Okay. Auf jeden Fall, Freunde. Wie gesagt, ich muss ja... Wir testen das Ganze mit 2000 Gems. Das heißt, wer zieht mehr mit 2000 Gems? Das heißt, ich muss ein paar mehr Boxen öffnen als der Kevin natürlich, weil ich ja immer 30 Gems ausgeben und R80 pro Box. So, let's go. Einfach bleiben in die Gegenstand, okay. Ja, wow. Das läuft schon mal super, Freunde. Ich mache eben auch schon mal wieder eine auf. Ja, Mann. Okay, let's go. Also, ich ziehe jetzt schon mal mich selber. Kann man auf jeden Fall mal machen. Bei dir lädt es jetzt wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, bei dir lädt es erstmal wieder eine ganze Zeit. Freunde, also, da weißt du auch nicht, was da los ist. Let's go. Kann man mal machen auf jeden Fall. Ey, aber es ist irgendwie gerade schon ein bisschen traurig. Ich meine, ich habe irgendwie, ja, ich habe eben nur Barley gezogen, leider. Naja, aber egal. Ich habe auch erst zwei gezogen. Also, komm. Okay, okay. Das hat noch nicht viel zu sagen. Oh. Ah. Okay, okay. Interessant. Ich würde sagen, wir drücken drauf. In drei, zwei, eins. Go. Oh, die Boxerin ist natürlich auch wieder am Start. Yes. Ja, guck mal. Bist du direkt schon mal gleich auf hier mit mir gezogen? Stimmt, stimmt. So, ich habe einfach auch drei verbleibende Gegenstände. Was ist das denn überhaupt hier? Wie kann es denn sein, dass ich drei verbleibende habe? Lasst es einem nochmal einen Like da, Leute. Ja, lasst mal einen Like da. Und wir haben? Drei. Wie kann es denn sein, dass ich drei verbleibende habe? Ich... Oh! Was? 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 Was kannst du eigentlich? Freunde, nur die OGs kennen diesen Satz. Ja, Mann. Okay. So, dann machen wir nochmal ein paar große Boxen auf. Ein verbleibender Gegenstand. Ein verbleibender. Ja. Das war es komplett, Alter. Das war es absolut komplett. Zwei verbleibende. Hm. Ai, 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 ai. Ich will eigentlich echt heute mal in diesem Video sehen, wie du aus einer großen Box einen legendären siehst. Ist so, ist so. Also, klar würde Lukas dann wahrscheinlich gewinnen. Oh. Ja, aber wird es auch nochmal eine Box öffnen? Ja, ja, komm. Ich gehe, ich komme auch mal mit rein. So, komm. Let's go. So, ich werde auch was Neues ziehen. Oh, okay. Das ist krass, Freunde. Okay. Dann würde ich sagen, drei, zwei, eins und... Oh. Oh, okay. Ja, wir haben beide einen Super-Setten hingezogen. Das heißt, aktuell sind wir genau gleich auf tatsächlich. Ja, krass. Das ist krass. Das ist krass. Okay, ich warte erst nochmal wieder ein bisschen. Ja, der Lukas, der muss erstmal hier seine großen Boxen aufmachen. Freunde, ihr wisst Bescheid. Ja, Freunde, also, ja, man sieht es ja ein bisschen am Gold, ja, wie viel Gold das am Anfang ist. Das könnte das sein. Oh, nee, das ist zu viel, das ist zu viel. Ja, ja, das stimmt. Na ja, aber... Oh, okay, der ist auch viel zu viel. Ja, das ist auch zu viel. So, jetzt könnten wir eigentlich wieder parallel, glaube ich, eine öffnen. Ja, ich komme auch mal wieder rein. So, und... Vier verbleibende. Zwei. Zwei verbleibende. Ja, moin. Und ich ziehe einfach mal auch nichts. Ey, was soll das denn hier? Drei und 82 Coins. Ja, das war's von der ersten, der war immer wieder komplett. Ich würde sagen, so unter 43 Coins oder so, glaube ich, ist so eine ganz gute Ausgangslage. Digga, warum laden diese Boxen schon wieder so lange? Was ist das denn, Digga? Und wenn du einstellig bekommst, einstellig Gold, dann war's das komplett. Dann ist das zwei legendär, Lukas. Ja, ich glaube aber auch. Freunde, noch mal ein Stückchen Alba. Apple denkt sich nur so, Digga, was macht er auf diesem Account immer? Oder wieso hat er so viele Items gekauft? Nein, 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 weißt du, was der gerade berechnet hat? Ja, aber was hat er berechnet? Der hat gerade berechnet, dass du jetzt einen krassen Brawler ziehst. Oha, okay, wenn das wirklich so ist, Leute, das wäre krass. Und? Oh! Ah, nee. Doch, vielleicht. Ja, ich sag's doch. Ich sag's doch. Alter, er hat berechnet. Er hat berechnet, Freunde. Oh mein Gott, okay. Er hat die Dinge der Wahrscheinlichkeit erhöht, solange das geladen hat. Ich würde sagen, wir drücken drauf. Drei, zwei, eins und... Darrel. Oh, Darrel. Ja, Moment. Ich hab... Ja. Ja, wir brauchen nicht mehr lang. Wir brauchen nur noch 20 Minuten maximal. Kevin, das ist zu lang. Okay, Freunde, wir müssen jetzt nochmal, ja, ein bisschen ASMR-Opening machen an der Stelle. Ja, Mann. Let's go, Freunde. Ah, ja, okay. Okay, so, ich mach jetzt auch erstmal weiter. Ja, fünf verbleibende. Es könnte jetzt auch was... Es würde eigentlich was Neues sein bei mir. Oh, bei mir safe. Ja. Oh, krass. Gold. Okay. Dann würde ich sagen, Kevin. Drei, zwei, eins. Go. Oh, okay. Ich hab den Boxer. Kevin gezogen. Und du hast mich gezogen. Aber aktuell sind wir, glaub ich, sogar gleich auf. Kann das sein, oder? Wir schauen mal in die Brawler. Sechs Brawler hab ich aktuell. Nee, du liegst sogar vorne. Warum auch immer. Okay. Leute, ihr seht schon die Bigboxen. Also, wie viele Gems hast du eigentlich? Ich hab noch 1400. Ja, dann musst du erstmal hier zwei Mega-Boxen rücken. Ja, gut. Ja, moin. Okay, fünf Verbleibende ist leider nichts Neues. Aber 15 Gems, auch nice. Okay, jetzt aber komm. Fünf Verbleibende, hä? Was soll das denn? Ja, das ist seltsam. Guck mal, 160 Gems für nichts. Für nichts einfach. Das ist echt seltsam, Freunde. Aber wir können eigentlich sogar die noch direkt hinterher auch noch öffnen. Ja, okay, komm. Ich mach auch gleichzeitig. So, zehnmal runter. Also, das hab ich schon. Ja, sechs Verbleibende. Let's go. Okay, Leute, das ist krass. Okay, wir schauen mal rein. So, und... Okay, ich bin gespannt. Ich muss auf jeden Fall vorlegen. Ich muss auf jeden Fall vorlegen. Ja. Let's go. Okay, Darrell. Okay. Jetzt müssen wir gleich sein, wahrscheinlich. Ich wollte grad sagen, jetzt sind wir grad gleich auf, mein ich. Okay. Ah, es wird nichts bei dir. Nee, das sah von den Coins nicht so viel verspricht aus. Oh! Du hast es einfach geskippt. Leute, das waren sieben Mützen, aber... Ja, 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 okay. Kann man machen, Freunde, also... Ey, es sieht echt gut aus. Ich hab sie den Brawler schon, immerhin. Ja, nee, es gefällt mir nicht. Ich muss jetzt hier was dickes ziehen. Ich muss was dickes ziehen. Ja, nee, das ist bei dir nichts. So, jetzt mal... Wie machen wir es mal wieder gleichzeitig auf? Sechs. Ey, bei mir könnt's aber auch theoretisch. Ja, komm, wir gehen beide bis zum Ende. Leider nicht, leider nicht. Komm schon, bitte jetzt... Bitte jetzt einen dicken Fisch. Einen dicken Fisch an der Angel. Und... Ah, nein. Oh, ah. Also, wir arbeiten uns vor, Kevin. Wir arbeiten uns langsam vor. Ja, 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 ja. Ja, oh, ich hab was Neues. Was, schon wieder was Neues bei dir? Ja, Mann, let's go. Alter, okay, mach einfach, komm, mach einfach. 3, 2, 1, und... Ah, okay. Aber du liegst trotzdem vorne. Ja. Ja, oder? Ja, lass doch nochmal einen Zwischenstand kurz schauen. Ach, nee, kann ich gar nicht. Ich bin in der Box drin. Du bist in der Box. In der Box. Sechs schon wieder. Das dritte Mal jetzt. Ja, ich hab ein verstanden. Hä? Das müssen wir auch erst mal schaffen, so. Oh, Mann, okay, jetzt aber. Jetzt, jetzt was dickes. Jetzt den dicken Fisch. Oha, oha. Hä? Hä? Der dicke Fisch, aka Barley. Wow. Ja, zeig mir jetzt mal deine Brawler. Zeig dir, Bums. Ich hab 8. Ich hab auch 8. Okay, wir sind gerade aktuell gleich auf. Wie viele Gems hast du noch? 1060. Ja, okay, wir sind genau gleich auf. Okay. Lol, krass. Ja. Ey, das ist auf jeden Fall interessant. 3 verbleiben sie. Naja, nee. So, da steig ich jetzt mal wieder ein. Mhm. Schon wieder 6. Das vierte Mal jetzt. Lol, ey. Das ist aber schon krass. Das ist schon krass. Komm schon. Jetzt, jetzt bitte. Jetzt endlich der dicke Fisch. Alle guten Dinge sind 4, Freunde. Komm. Ich bin leider auch nicht hier. Okay. Na ja. Dann, Kevin, bin ich gespannt. Zeigen sie den Bums her. Ja. Oh, Alter. Let's go. Okay, damit lieg ich vorne, Freunde. Damit lieg ich vorne. Das ist auf jeden Fall belastend, Freunde. Das ist belastend für mich. Okay, du bist dran. Ja, sehr nice. Worte 3 verbleiben. Leider nicht. Ah, schade, schade, schade. Okay, ich hab jetzt 950 Gems in etwa. Ja, okay. Ich bin dran. Mhm. Ah, leider keine 6 diesmal. Okay. Zwei verbleiben. Wow. Ja, moin. Das ist natürlich eine große Ausbeut hier. Und let's go. Oh. Oh, das klappt die Grenze. Das klappt die Grenze, Freunde. Ich sag's euch. Ah. Okay, okay. Ja, da ist immer so 50-50. Es kann sein, aber es muss es nicht sein. Ja, das stimmt. Also irgendwie ist es immer sehr seltsam. Ja, die Blickboxen. Hm, schon wieder 5 bei mir. Oh, bei mir ist es wieder die grenzwertige Box. Schau mal. Oh, okay. Ja, 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 ja. Ah, das ist auch, Alter. Das ist echt an Lucky. Also ich hab jetzt noch 800 Gems in etwa, 830. Ja, ja, du bist nochmal dran, du bist nochmal dran. Ja, let's go. Oh. Oh, ne, das ist nichts. Und? Ne, das ist auch nicht sein. Junge, was ist das denn hier? Jetzt mach ich mal wieder mit. 5. Hä? Voll. Jetzt gibt er bei mir die ganze Zeit nur 5. Was ist das denn? Ja, 49, Freunde. Ich hab mir einmal die Biene gegeben und jetzt gibt er mir hier gar nichts mehr. Ja, es ist echt komisch. Ich mein, ich hab noch natürlich viele Bigboxen, Freunde. So ist es nicht. Ich hab jetzt 720 Gems aktuell. Hm. Okay. 54. Okay. What? Ja, 140. Und? Nee. Ich mach jetzt auch mal wieder eine auf. Ey, Mann, das ist echt. Schon wieder 5. Lol. Zuerst gibt er bei mir die ganze Zeit 6 und jetzt die ganze Zeit 5. Ja, jetzt könnt ihr nicht mehr auf einmal, ne? Das ist ganz wirklich... Das ist eine Durststrecke, muss ich sagen. Ja, aber bei mir auch, ne? Bei mir aber auch. Leute, lass jetzt mal ein Like, damit die Durststrecke vorbei ist. Oh. Und trink Alva, dann ist auch die Durststrecke vorbei. Ja, Mann. Oh, okay. Ja, könnte was sein. Oh. Let's go, Freunde. Ey, Kevin, komm, das muss jetzt dieser legendäre Brawler aus der Bigbox, das muss er jetzt endlich mal sein, oder? Das wäre echt legendär. Boots. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir machen es kurz und knackig, Freunde. Let's go. Und? Oh. Was? Alter. Oh mein Gott. Alter, richtig krass. Den mythischen, den mythischen Mordes, Freunde. Aus einer Bigbox. Aus einer Bigbox ist das echt krass. Das ist echt nice. Also das ist lucky, Leute. Das ist richtig, richtig lucky. Nein, nein, nein. Du liegst jetzt gut vorne, würde ich sagen. Sechs. Oh, komm, ich lass mal den Screen hier. Vielleicht kannst du ja sogar mich überbieten. Digga, das wäre ein krasser Screen. Oh ja. Ja, Freunde, ich bin gespannt. Kevin. Eins. Nee. Bei mir kommt Karl. Der wollte auch mal Hallo sagen. Freunde, mach mal. Warte, mach mal so ein trauriges Gesicht. Okay, schade. Da hat das schon vorbeigegommen. Das wäre ein witziger Screenshot gewesen für die Leute. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Naja, egal. Wie auch immer, Leute. Wir machen direkt weiter. Drei. Schade, hätte auch was sein können. Okay, okay. Zwei. Hundertsiebel. Ich mach jetzt auch mal meine nächste auf. Genau, gönn dir mal. Gönn dir mal. Ja, fünf. Achtzig. Ja. Achtzig verbleiben wir nur, Freunde. Okay, vierzig Münzen. Das sieht gut aus eigentlich, oder? Ja. Oh, Alter, schon wieder. Ey. Digga, ich will jetzt hier nochmal so einen krassen haben. Das wäre krass, ne? Nach Mord. Ja, Alter. Wenn du Mord stoppen kannst, Bro, dann ist echt vorbei. Leute, wünsch mir Glück. Und drei, zwei, eins und... Oh! Eins. Ja, Mann. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Diga, aus einer großen Box ist das echt richtig, richtig, richtig unwahrscheinlich. Oh mein Gott. Das ist richtig crazy. Einfach mal den zweiten mythischen. Und ja, wir haben halt ein Big Box Opening. Das ist echt krass, muss ich sagen. Zeit mal deine Brawler. Ja, okay, Freunde, wir gehen mal zu meinen Brawlern. Ja, okay, gut. Wir haben noch nicht mal den vierten, super selten, aber zwei mythische. Ja, moin. Ja, moin. Weißt du, nochmal fünf Punkte auf mein Konto? Ist gescheit. Ja, jetzt muss ich aber echt nachlegen. Ja, ist aber so. Ja, nichts bei mir, nichts. Drei. Stellt euch vor, das wäre schon wieder die Box hier gewesen. Na. Ich muss es auch nochmal hier kommen. Bitte jetzt, bitte schon wieder fünf. Oh mein Gott. Ach, Kevin, das tut mir ja fast schon leid für dich gerade ein bisschen. Aber nur fast. Big Boxen OP, Alter. Ist so. Ist halt echt so. Also, keine Ahnung. Ich meine. Wie viele hast du noch? Ah, okay, ich mache jetzt auch mal auf. Ja, mach mal. Entschuldigung. Ach, Kevin. Ach, Kevin. Wir haben jetzt noch 217 Jams gerade. Wie viel hast du? 300. Dann mache ich auch noch jetzt mal eine auf. Okay. Ey. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Ich glaube, es liegt daran, dass wir Danita noch nicht freigeschaltet haben. Ja, ich tippe jetzt die ganze Zeit auf Danita. Und mach du jetzt mal deine nächste Box auf. Jetzt, Freunde, ein bisschen auf jeden Fall hier nochmal aufladen. Mehr Energie. Ich muss die Energie aufsaugen, Freunde, aus Danita. Ey, ich schöpfe immer so Hoffnung, wenn dann so drei Verbleibende steht und die Münzen. Oh, das könnte gut sein. Oh, das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Ja, ich hole mehr Energie. Ah, okay. Schade. Ah, okay. Wir haben jetzt noch 100 und 38 Jams. Wie viel hast du noch? Ich drehe gerade Poco ein bisschen. Ich muss noch die Energie aufladen. Okay, so, jetzt habe ich die Energie. Pass auf, Lukas. Jetzt habe ich die Energie. Okay, du hast die Energie. Ja. Oh, okay. Das ist krass, Freunde. Komm, wir gucken nochmal, ob wir nachziehen können vielleicht. Nee. Okay, dann öffne erst mal, Kevin. Ich bin gespannt. Ey, du kannst es rein theoretisch noch drehen, ne? Ich kann es jetzt drehen, aber nur wenn ich einen legendären ziehe. Nur dann kann ich es drehen. Oha. Okay, okay. Kipa, auch gut, aber... Aber so ganz begeistert, ähm... Nee, nee. Ich wundere es auch nicht. 100 und... Okay, das ist noch eine Megabox. Ja. Außer hier ist nochmal ein paar Gems hier. Ja, müsstest du aber, glaube ich, viele Gems ziehen, oder? Nee. Nur drei. Ja, stimmt, stimmt. Das geht. Komm. Oh, könnte was sein? Nee. Nee. Okay, Leute, jetzt habe ich noch genau eine, glaube ich. Ja, warte mal, ich mache erst mal meine eine auf. Ja, ja, ja. Gönn dir. Ja, komm, bitte ein paar Gems. Oh, die verbleibenden Bonifreunde. Ja. Oh. Ich habe noch eine. Okay. So, letzte Megabox und letzte große Box, Lukas. Das wird krass, Alter. Bist du bereit? Ich habe schon ausgewählt. Okay, C runter. 10. 9. Ich pass. 3, 2, 1. Go. 3, 3. Ah. Vielleicht. Nee, leider nicht, Alter. Nee, war mir ja auch nichts. Alter. Du hast komplett, komplett mich auseinandergenommen, Alter. Aber... Ich bin's, Tim. Auf jeden Fall. Also, ich... Nee. Aber du hast einen Brawler mehr immerhin. Aber ich habe halt allein durch die mythischen 10 Punkte, also, das ist halt... Ja, ich glaube, du hast trotzdem gewonnen. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und, äh, ja. Das ist echt, also, die großen Boxen, die haben echt alle Sops genommen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Brawlers-Video. Euer Clash Games und ciao. 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 Ciao.